Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 21.090 US-Dollar. Wir haben nochmal einen deutlichen, deutlichen Abverkauf heute Nacht gesehen. Wir sind in unser Golden Pocket gekommen. Darüber haben wir die letzten Tage immer wieder gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, beziehungsweise die Confluence, dass wir in diesen Bereich auf jeden Fall nochmal reinkommen. Das ist jetzt heute Nacht passiert, beziehungsweise jetzt in den frühen Morgenstunden. Abtrend wurde noch nicht getestet. Schauen wir uns jetzt alles nochmal ganz genau an. Was ist jetzt möglich? Was ist jetzt auf jeden Fall wichtig, auf was wir achten sollten? Long-Position, Short-Position, was ist sonst noch wichtig? Schauen wir uns jetzt alles an. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Würde ich sagen, wir starten durch. Wie gesagt, 21.090 US-Dollar. Wir sind genau ins Golden Pocket reingekommen. 20.800 US-Dollar. Bis dahin sind wir runtergedippt, also genau in die Mitte des Golden Pockets. Wir sind durch den 200er SMA minimal drunter gekommen. Die Demand-Zone wurde angetestet. Das Einzige, was jetzt noch im Endeffekt gefehlt hat, ist hier unser Up-Trend. Aber gut, er lag auch bei ungefähr 20.500, 20.600 US-Dollar, je nachdem wie man ihn zieht. Aber ist schon mal ein gutes Zeichen. So, wir haben unseren Downtrend verlassen. Die Bullflake, was keine richtige war, war im Endeffekt eher ein Downtrend. War aber klar für mich, oder ich habe die letzten Tage schon immer wieder gesagt, des Szenarios eher bearish zu werden. Jetzt nicht, dass wir jetzt hier aus so einer angeblichen Bullflake hier nach oben komplett durchbrechen, habe ich nicht geglaubt, sondern dass wir wirklich erst ins Golden Pocket runterkommen. Das ist jetzt passiert. Downtrend wurde gebrochen. 4 Stunden E-Mail-Ribbons nochmal als Widerstand bestätigt. Gestern hier in diesem Bereich der 22.200 US-Dollar. Seitdem ging es im Endeffekt nur noch jetzt bergab. Wichtig ist jetzt in diesem Bereich erst einmal eine Konsolidierung. Wir schauen uns jetzt mal den 15-Minuten-Chart an, ob wir hier extremes Volumen sehen. Also wir sehen hier den ersten Abverkauf bis 20.900 mit sehr, sehr viel Volumen. Daraufhin nochmal ein tieferes Tiefgebildet, auch mit relativ, in Anführungszeichen, hohem Volumen. Aber es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Dieses Volumen war auf jeden Fall viel, viel höher. Gutes Zeichen, dass jetzt hier zumindest vorläufig der erste Boden erreicht wurde. So, dann schauen wir uns den 1-Stunden-Chart an. Auch hier schöne Gegenreaktion. Auch wenn es eine Doji-Candle ist, das gefällt mir wiederum nicht so toll. Also besser wäre es jetzt ganz ehrlich, dass wir hier nochmal vielleicht hier erst noch ein bisschen rumkonsolidieren. Und dann wirklich dieses Tief nochmal holen und wirklich nochmal in den Bereich der 20.700 oder sogar 20.600 in diesen Abtrend gehen. Hier unten ein bisschen konsolidieren und dann Versuch starten nochmal nach oben hin durchzubrechen. Ein erstes Ziel, würde ich sagen, wäre so dieser Bereich um 21.500 US-Dollar bis maximal 22.000 US-Dollar. Hier hat die Ineffizienz im Endeffekt wieder angefangen. Wir gehen mal in die höheren Timeframes, zu den 4-Stunden-Chart. Da sehen wir auch, okay, dieser Bereich hier wird extrem spannend. Ich sage jetzt mal wirklich so 21.700 bis 22.000 US-Dollar. Hier liegen die Ineffizienzen. Sollten wir es darüber schaffen, sieht das Gesamtbild schon wieder ein bisschen bullischer aus. Und wir könnten dann im Endeffekt mit einer schönen Gegenbewegung, sollten wir hier das als Support bestätigen, wieder nach oben hin durchbrechen. Das ist jetzt aber ein bisschen längerfristig gesehen, beziehungsweise weiß, ob das heute oder morgen passiert. Heute ist es erstmal wichtig, dass wir auf jeden Fall das Golden Pocket halten. Den Abtrend auf jeden Fall halten. Das sind jetzt die Punkte, die sehr, sehr wichtig werden. Wie gesagt, tieferes Tief ist möglich. 20.600, 20.500 US-Dollar. Jeder müsste jetzt im Endeffekt long sein. Wir haben die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, über dieses Szenario hier in diesem Bereich eine Long Order aufzufüllen, beziehungsweise eine Long Order zu machen. Bricht diese Zone. Also ich habe momentan meinen Stop-Loss hier in diesem Bereich der 20.400 bis ungefähr 20.100 hier in dieser Region. Weil hier einfach noch ein größeres Void ist und darunter dann die nächste Support-Zone. Deswegen liegt auch der Support, beziehungsweise der Stop-Loss hier in dieser Region. Das wird entscheidend werden. Wichtig ist jetzt erst einmal, Golden Pocket muss gehalten werden. Denn der 200, der SMA, eigentlich ein guter Indikator. Dann unser Abtrend muss halten, plus die Demand-Zone. Und davon haben wir im Endeffekt hier zwei Zonen, die extrem, extrem wichtig werden würden. Bis ungefähr 20.600. Die Zone auf jeden Fall im Auge behalten. Sollte sich hier irgendwas ergeben, dass ich jetzt sagen würde, okay, Long Position mache ich jetzt doch zu, werde ich euch natürlich in der Telekom-Gruppe auf den Laufenden halten. Aber wie gesagt, kurzfristiges Szenario, möglich nochmal ein kurzes, minimales, tieferes Tief mit ein bisschen Konsolidierung, mit ein paar 15 Minuten Candles, wäre ganz gut. Und dann ein schöner Move nach oben, um dann wirklich eine Trendwende reinzulegen. Also wir haben jetzt im Endeffekt das Szenario, wo wir seit Tagen drüber gesprochen haben, dass es extrem, extrem wahrscheinlich ist. Das ist einfach aufgrund dieser Bewegung, die wir hier oben hatten mit diesem Haufen Bearish Divergences, müssen wir jetzt schauen, dass wir von hier unten wieder rauskommen. Höheres Hochbilden und einen neuen Trend bilden vor allem. Ansonsten wird es kritisch und wir gehen wahrscheinlich wirklich nochmal in den Bereich der 17.000 US-Dollar. Das ist das, was jetzt momentan wichtig ist. Schauen wir jetzt mal, wie das Ganze weiter ist, ob wir uns jetzt eine Stabilisierung in diesem Bereich kriegen oder ob der Trend am Ende bricht und wir wirklich die 17.000, 18.000 US-Dollar wirklich nochmal sehen sollten. Momentan ist beides möglich. Ich sage jetzt erstmal, erstmal ein bisschen weiter hoch, um eine kleine Relief Rallye zu kriegen. Wie gesagt, 21.000 bis 22.000 US-Dollar ist so dieser Rahmen und da müssen wir dann einfach gucken, kriegen wir hier eine neue Kaufkraft rein, stabilisieren wir uns hier oder werden wir sofort wieder rejected. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir wirklich nochmal in den Bereich der 18.500 US-Dollar runterkommen. So, dann Ethereum, machen wir jetzt mal kurz diesen Trend weg, der schon lange gebrochen ist. Wir hatten ja hier eine ordentliche Bearish-Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Gestern dann nochmal so eine kleine Relief bis 1.555 US-Dollar oder knapp 1.540 irgendwo in dem Bereich. Daraufhin 4 Stunden E-Mail-Ribbons durchbrochen, Bitcoin abgestürzt in Anführungszeichen. Und jetzt konsolidieren wir hier in dieser ersten Zone, wo unser erstes Void im Endeffekt lag. Also die Zone wird extrem spannend werden, ob wir uns hier halten können. Ansonsten sieht Ethereum momentan eigentlich relativ gut aus im Gegensatz zum Gesamtmarkt. Also wenn wir uns jetzt die anderen angucken, die deutlich mehr Abschläge gehabt hatten, zum Beispiel BTC ins Golden Pocket, sind wir hier noch meilenweit weg vom Golden Pocket. Der erste Anlaufstelle wäre hier wirklich diese Demandzone bei ungefähr 1.346 US-Dollar. Aber auch da sind wir noch ewig weit weg. Also sollten wir hier wirklich wahrscheinlich nochmal in diesen Bereich der 1.200 US-Dollar kommen, wird Bitcoin locker wieder wahrscheinlich um die 20.000 oder 19.000 US-Dollar sogar wieder liegen. Von den Prozenten her können wir uns das jetzt mal ganz kurz angucken, was es jetzt von hier aus wäre. Wären ungefähr 13 Prozent. Ich möchte es sich ausschließen, ganz ehrlich, hier unten liegt der 200-SMA, das Golden Pocket. Eine ehemalige Widerstandszone würde dann hier absolut zu Support werden. Also hier kommt schon eine Menge Confluence zusammen, deswegen schließe ich es nicht aus. Aber die Bearish Divergence hat jetzt erst einmal ausgespielt. Gutes Zeichen, wir haben jetzt kurzfristig am Tag, sage ich mal, noch Luft bis 1.360 ungefähr. Dieser Bereich hier unten könnte nochmal angetestet werden, je nachdem wie sich Bitcoin jetzt verhält oder ob Ethereum doch einen eigenen Gang macht, im Endeffekt noch mal ein bisschen weiter tiefer geht. Aber Ethereum momentan meines Erachtens ein bisschen stärker. Bearish Divergence ist erstmal ausgespielt, das müssen wir mal gucken, wie stabilisiert sich hier der Markt. Schauen wir mal ganz kurz in den 15-Minuten-Shart, ob wir auch hier irgendwo Liquidität vorfinden. Wir sehen auch hier krasses Abverkaufsvolumen, danach deutlich, deutlich geringeres Volumen, wo wir dann hier wieder aufgekauft wurden. Also erstmal ein gutes Zeichen. Trotzdem diesen WIC 1.400 US-Dollar nochmal im Auge behalten, minimal drunter, ist auf jeden Fall noch möglich. So, dann schauen wir uns noch ein bisschen die Altcoins an. Ihr habt euch gestern nichts gewünscht, deswegen mache ich jetzt einfach wieder standardmäßig Cardano-Abverkauf, nachdem wir hier erst diesen Relief hatten. Sieht aus wie ein Doppeltop, aber ganz ehrlich, ist kein Doppeltop. Wir kommen im Endeffekt nicht aus einem richtigen Abtrend, deswegen könnt ihr das vergessen. 200er SMA wurde jetzt angetestet. Wir schauen auch hier mal prozentmäßig, wie es hier aussieht. 1,8%. Man hätte hier die Möglichkeit gehabt, beziehungsweise die Möglichkeit, dann nochmal, sollten wir nochmal ein bisschen tiefer gehen, eine Long-Position dann aufzumachen. Golden Pocket liegt bei ungefähr 0,45$. Ist momentan meines Erachtens ein bisschen wahrscheinlicher. Hat den Aspekt einerseits, hier haben wir einerseits den Downtrend, den ehemaligen, den wir wieder oben antesten könnten. Wir haben hier drüben noch einen Void. Also das heißt, eine ineffiziente Zone, die wir noch füllen könnten. Heißt, die Möglichkeit, dass wir ins Golden Pocket reinkommen. So, jetzt funktioniert es aber. Hier in diesem Bereich ein bisschen konsolidieren und dann einen neuen Anlauf starten. Ist sehr wahrscheinlich. Solange wir die ganzen Strukturen hier nicht brechen, sieht es gut aus. Brechen wir wiederum unter diese Support-Linie. Könnte es übel werden und wir sehen wahrscheinlich nochmal die 0,40$. So, dann XRP. XRP auch aus diesem Downtrend erst einmal ausgebrochen. Auch kein wunderschönes Ding. Golden Pocket wurde jetzt angetestet. Also sehr, sehr gutes Zeichen. Das war dieses Ding, wo wir darüber gesprochen haben. 200er SMA, Abtrend. Guter Support. Aber Golden Pocket dann doch ein bisschen mehr wahrscheinlicher. Trotzdem, da müssen wir extrem aufpassen. Sobald die Zone hier nachhaltig bricht, sehen wir uns hier unten in diesem Bereich dann 0,31,84. Das ist dann die Zone, wo ich dann auch nochmal überlege, eine größere Long-Position aufzumachen. Beziehungsweise auch nochmal ein bisschen nachzukaufen. Momentan jetzt erstmal ein bisschen Stabilisierung. Auch hier der Blick in den 15-Minuten-Chart. Schauen wir uns das Volumen an. Sieht relativ gut aus. Größeres Abverkaufsvolumen, dann nochmal ein bisschen weiter unten mit weniger Volumen. Trotzdem auch hier minimal nochmal unter dieses Tief mit noch weniger Volumen. Wäre sogar meines Erachtens ein bisschen wünschenswerter. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. So, dann schauen wir uns nur ganz kurz die News an, die ich noch nicht aktualisiert habe. The Graph, Coin-Prognose, könnt ihr euch gerne angucken, wen der Coin interessiert oder wer da vielleicht investiert ist. Schaut es euch gerne an, was ist The Graph, Anwendungszwecke etc. plus Prognose. Ja, soviel zu mir. Ich würde sagen, wir hören uns dann morgen früh zum Update-Video wieder. Bis dahin, liked das Video, abonniert den Kanal. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Stay crypto.